Meine lieben Überlebenden da draußen, seid gegrüßt und wie immer herzlich willkommen zurück. Jetzt geht weiter mit The Walking Dead. Und wir sind hier jetzt aktuell im Marschhaus, also dem Hotel, und sind auf der Suche nach Clementine. Wir gucken mal, was jetzt hier so passiert. Ich bin sehr gespannt. Oh. Komische Geräusche. Erstmal lauschen. Okay, wir gehen mal rein. Knarzt. Ah ja, okay. Verstehe. Hoffe ich zumindest. Was soll das hier sein? Tür? Ansehen? Ah, ja. Hallo. Oh. Oh. Okay. This is Sybil. You look horrible. And you're missing an arm. Go over there. Okay. Put your things down. Let me out. Who's out there? Quiet, please, sweetie. Your things. There. Ja, so viel haben wir ja nicht. Sieht aus wie meinem Therapeuten. Nein. Nein. Ich weiß nicht nichts über dich. Du wirst nicht. Menschen wie du nicht. Jetzt denkst du, wer würde es für mich geben? Ein paar Wochen zurück, da war ein Station Wagen in der Forst. Full von all sorts of food. Water. Oh nein. Ich bin kein Cannibal, Lee. Ich bin ein Killer aus in den Wald. Ich bin ein... Villain. Ich bin nur ein... Vater. Ich bin ein Little League. Alles war nur für die Beobachtung. Wir sind zu sterben. Für die Beobachtung?! Du kennst du von mir? Okay... Nicht starten auf, wer was von wer. Ich habe sie nicht von dir genommen. Ich habe sie von dir gespürt. Verstehst du das? Hast du schon jemanden, den du überlebt hast? Nicht absichtlich. Wenn es auf der Grund war, wäre du ein Sociopath. Ich habe sie verletzt. Ich verletzte sie so schlecht. Mein Vater, Adam, ging weg. Ich habe ihn zu spüren, obwohl meine Frau sagte, dass er zu jung war. Ich dachte, er hätte lernen müssen. Ich bin zurück, ohne ihn. Und die Beobachtung sagte, Sie sind ein Monster. Ich konnte alles unterscheiden. Sie sind alle, ihn zu suchen. Aber wir haben ihn nie gefunden. Ich habe ihn verletzt. Ich bin sie so schlecht. Dann hast du alle unsere Dinge geschehen. Du hast uns verletzt. Ich konnte unsere Vertrauen zurück zurück, Lee, aber nicht nachdem. Entschuldigung. Die Angst wir haben, die mehr sie mich verletzt. Bis sie endlich genommen haben, Elisabeth. Oh man, oh man, oh man, oh man. Ja, so ein bisschen. Wie wir alle. Ganz so einfach ist das nicht. Du warst nicht da? Ja. Ja, wir waren am verhungern und es war kalt. Ja. Walkie talkie. Ja, es geht auch anders. Ja. 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 Nein. Was? Ihr Geburtstag war sechs Tage vor. Ich weiß nicht, wie ein Vater sein. Sie wird nicht auf das, was sie mit dir war. Ich sag mal nichts. Okay. Ich erwartet, dass du einen Kampf mitbekommen. Du willst dich um sie kümmern. Oh Gott. Oh Gott. Ich liebe dich so. Ich liebe dich so, Herr. Ich liebe dich sehr, Tess. Du magst die Clementine sehr. Sie ist nicht Lizzie, aber sie ist süß. Sie würde nicht ein Fly schlafen. Oh! Oh, voll in die Schulter gerammt. Komm her. Jetzt ist Schluss mit lustig hier. Schnauze voll. Äh. Äh. Puh. Das, äh, ging grad noch mal so gut. So, schnell die Knarre da wegnehmen. Freunde, bevor sich das gleich, ne? Man weiß ja nie. Yes. Da hat sie recht. Oh. Oh, da haben wir sie wieder. Unsere kleine Klemm-Freunde. Wir haben sie wieder. Ja, ich weiß. Zehn Monate nicht geduscht. Hat er dir wehgetan? Nein. Nicht wirklich. Ich bin sorry, Lee. Clem, es ist okay. Wir müssen dich irgendwo sicher. Und dann müssen wir sprechen, okay? Ja. Alles ist okay jetzt. Wir müssen herausfinden, wie wir aus Savannah rauskommen, so schnell wie wir können. Okay. Also, weg hier. Ich bin sorry, du hattest das gesehen. Er würde dich töten. Oh, ja. 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 So. Jetzt können wir uns ein bisschen umgucken. Ich hätte ja gern das Hackebeil wieder, ne? Das war eigentlich ganz geil. Okay, kann ich nicht mehr mitnehmen. Schade. Liegt hier noch irgendwie was? Ja, hier, ihr Funkgerät, ne? Aber ich glaube, das kann ich jetzt auch nicht mehr mitnehmen. Gucken hier nochmal. Tür. Okay, da gehen wir gleich durch. Ich fühl mal hier die Tasche. Ich glaub, wir wissen, was da drin ist, aber... Ja. Jesus. Nicht reingucken, Clem. Nicht reingucken. Das ist nicht... Nicht sehr schön. Ähm... Da ist nichts. Ja, gut, dann... Mal hier... Hier lang gehen. Welcher Weg raus? Durch da. Äh, okay. Also, andere Tür. So. Türchen auf. Ah! Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Uff. Es... 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 Es hat dich nicht beidmet. Ja. Ich weiß es. Du musst es... Du bist in all dieser grossen Sachen. Ich musste durch ein paar von ihnen, um hier zu kommen. Ja, entweder das, oder weil die einer von ihnen wird. Das ist so, dass wir aus Savannah kommen. Ach, ja, stimmt. Einschmieren, ne? Mit... Mit dem ganzen Zeug. Ja, ja. Das wird jetzt eklig. Oh, nein. Ja, da hätte ich auch keinen Bock drauf. So, hier kommen wir ja. Einmal ein paar Würstchen. Oh, komm her. Auge zu und durch. So. Einmal hinten noch. Okay. Oh, das... Oh, das Gesicht, ey. Jetzt tut mir voll leid. Ich dachte, es war weg. Ja. Kippy. Danke. Ja, na klar. So, dürfen wir jetzt gehen? Bleib gleich neben mir. Geh sehr langsam. Schau nicht nach oben. Und nicht panisch. Okay. Ich werde dich sicher halten. Sehr schön. Oh Gott. Da müssen wir jetzt durch. Ah, das ist, äh... Nicht schön. So, schön langsam. Aua. Kannst du nicht aufpassen. Mensch. Wir lassen die mal vorbei. Nicht hinsehen. Oh, nein. Nicht gut. Gar nicht gut. Gut. Oh Gott. Ich weiß. Ist das traurig. Ist das traurig. Ja, seine Augen, ne? Auch leicht gelb. Und das nur mit einem Arm. Das wird nix. Das wird schon. Das wird schon. Das wird schon. Okay. Okay. You are gonna be okay. We just have to think and work together. Okay. Okay. I think there might be a way out over there. Ah, hier, Sicherheitsmitarbeiter. Ah, hier, Sicherheitsmitarbeiter. Oh, der Arme Lee, ey. Der ist voll durch mit dem Thema. Oh, Freunde, ist das traurig. Und was, was Clem bisher schon alles durchmachen musste. Äh, ja, es ist schrecklich. Oh, you did, honey. Oh, you did, honey. Oh, it's awful out there. Oh, they want to chew me up. It was hard. Yeah. I don't know how you did it, but you did good. Okay? Keep going. We're almost there. So. Uh, mit letzter Kraft nochmal hier. Äh. Äh. I can't. You have to. I can't move. This is it for me here. Please, please, try to get up. Come on. Ah. I can't. You don't have much time. You gotta do something. Fast. Like what? Uh. Du musst von hier verschwinden. You need to get out of here as soon as you can. I, I can't leave you. Just work on getting out, okay? We'll figure it all out. Don't worry. Okay. We'll get you in there. Don't worry. You're doing good. The way out's through there, Clem. I know. Just start by getting that door open. It's locked. It's no big deal. It's just a glass window. Uh. Ow. 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 Was sonst noch was? Ah. Baseballschläger. Guck mal. There's a baseball bat under the counter clamp. You can use that. So. Use the bat to shadow that window. So you can reach in, okay? Okay. Watch out for broken grass. Good job. Say good. Don't be afraid of him, honey. You're smart. He is it. You're smarter than all of you. Okay. Okay. Don't be scared of the walk. You'll be fine. Yeah. The way out's through there, Clem. I know. Stuhl. Use it to reach in to the lock. Yeah. Einmal so. Open it. He's, he's Trent. Super easy then. He's got keys. Probably to that door. And everything you'll need. Okay. Okay. Okay, Lee. Ah, ja. Okay. Verstehe. Um Lee festzubinden, ne? Put the handcuffs on me. Attach me to this. What? Why? No matter what happens. Safety. I don't know. Just do it, sweetie. Make sure they're tight. I don't, I don't want to do this. You have to do it. It keeps you safe. You only have to deal with him now. Ja, ich glaube, Clementine wird jetzt gerade richtig schnell erwachsen. The keys, him and the gun. Genau. The keys and the gun. Just don't be afraid. If anything gets dangerous, you're faster than he is. What should I get first? Ehm... Pistole. The gun, Claire. Always the gun. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah! 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 Watch out! Oh! Kacke! Ich seh nix! Jawoll! Sehr gut. Jetzt lässt sie Dampf ab. Ja, hast du sehr gut gemacht, Clem. Great, Clem. Good job. Hey! Du bist nicht sicher. Nicht zu. Nicht zu. Nicht zu. Du kannst nicht. Du kannst das machen. Glaubst du mir, Clem. Ich will nicht. Ich versuche. Ich versuche. Meine Eltern. Es ist so schrecklich. Du musst mich erschießen. Oh. Du musst mich erschießen. Oh. Le... Nein. Es ist okay. Es ist okay. Clem. Ich stande über Dach, holden die Kut. Es war so schwer. Ich bin sorry, dass du in diese Position bist. Ich gebe dir nichts für dich nicht zu sein. Aber du musst nur auf mich schmerzen. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Du musst mich als einer von ihnen sehen. Du kannst es machen. Ich weiß, du kannst. Okay, Le... Ich kann es machen. Ich... Ich kann. Äh... Finde Omid und Krista. Find Omid und Krista. Ich bin wahrscheinlich für uns jetzt. Bleib auf hohen Boden. Jetzt. Wir gehen zu weit. Du findest sie. Sie werden dir gut geholfen. Und Clem. Immer schön die Haare schneiden. Ich werde. Ich werde es selbst kümmern. Great. Gute. Gute. Und auch... Oh, oh. Was... Was ist es? Nein, keine Angst. Alles klar. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Boah, ist das traurig. Boah, Freunde. Ich habe keine Angst. sehr, sehr traurig. Aber ich glaube, wir sind fertig, ne? Oder kommt da jetzt noch was? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, wir sind durch mit der ersten Season. Aber wir lesen mal eben hier. Lisa entfernt. Ja. Ich und 62 Prozent. Konsequenzen. Beherrschung verloren. Du und 65 Prozent haben ihre Beherrschung verloren. Entwaffnet. Okay. Du und 19 Prozent der Spieler haben nachher etwas gegriffen. Fremder. Du und 34 Prozent der Spieler haben den Fremden getötet. Ah ja. Abschied. Du und 60 Prozent der Spieler haben die nicht wandeln lassen. Alles klar. So. Du hast Ben verteidigt, als er des Diebstahls beschuldigt wurde. Du warst dafür, Ben aus der Gruppe zu werfen. Ben stürzte in einer Gasse in Savannah in den Tod. Okay. Du hast ihr deine Vergangenheit anvertraut. Sie starb, als die Walker die Drogerie übernahm. Du hast sie an deinem bisher schlimmsten Tag kennengelernt. Du hast deine Miss vor ihr verborgen. Als ihr getrennt wurdet, hast du ihnen gesagt, dass sie dich suchen sollen. Okay. Er war bei dir, als du deinen Bruder gefunden hast. Du hast sein Leben auf Kosten eines anderen gerettet. Er wurde erschossen, als er versuchte, Ben zu schützen. Ja, stimmt. Okay. Du hast auf Hörschilds Farm geholfen, sein Leben zu retten. Im Make-On hast du gesagt, er sei nicht gebissen worden. Du hast ihn erschossen, bevor er sich wandeln konnte. Er war bei der Lösung eines Rätsels dein Assistent. Ja, stimmt. Gut. Das war's? Ja. Alles klar. Gut. Meine lieben Freunde, das passt wieder wie die Faust aufs Auge. Ich lasse euch jetzt mit dieser wunderschönen Musik alleine. Und dann sehen wir uns bald wieder mit einer neuen Folge The Ominet. Vielen lieben Dank, dass ihr immer noch so interessiert seid hier bei unserer kleinen Reise durch das ja, wie soll ich sagen, Zungegehen. Freude mich wirklich sehr. Ich wünsche euch einen zauberhaften Tag und ganz viel Spaß beim Selberspielen. Und wir sehen uns bald wieder. Dann geht's hier weiter. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und wir gehen mal. Tschö. Mit. Take uns wieder. Take us back. Take us back. Take us back. Oh, take us back. Oh, take us. Take us back. Oh, 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 oh And the waves are lapping where the children grew All that we have known will be an echo Of days when love was true Muted voices Just beyond The silent surface Of what has gone Oh, 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 oh Oh, 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 oh Untertitelung des ZDF, 2020